Leon ist mit der Schule fertig und sucht einen Ausbildungsplatz. Handwerk hat goldenen Boden, sagen seine Kumpels. Denn Handwerker sind begehrt wie nie zuvor. Bei Marotzke, den Malern für Berlin und Brandenburg, gibt es genau den coolen Job, den Leon sucht. Jedes Jahr starten dort drei bis fünf Azubis ins Berufsleben. Marotzke ist mit über 100 Mitarbeitern einer der größten Malerbetriebe Berlins. Seit über 40 Jahren sorgt das Familienunternehmen für leuchtende Farben in der ganzen Stadt. Bei Marotzke lernt Leon das Malerhandwerk von allen Seiten kennen. Er kann vom Lehrling über den Gesellen zum Vorarbeiter aufsteigen oder sich zum Malermeister sowie Farb- und Lacktechniker weiterbilden. Und wenn die Azubis eher im kaufmännischen Bereich Fuß fassen wollen, werden sie natürlich auch unterstützt. Viele Lehrlinge werden nach ihrer Ausbildung übernommen. Das gehört bei Marotzke zur Firmenphilosophie. Für Leon bringt das viele Vorteile. Er darf an Lehrgängen, Messen und Werksbesuchen teilnehmen und sein Geld ist pünktlich auf dem Konto. Erfahrene Gesellen und ein Lehrlingswart stehen ihm kollegial zur Seite, beantworten alle Fragen und geben praktische Tipps. Zusammenhalt wird bei Marotzke großgeschrieben. Kein Wunder, dass viele Mitarbeiter zwischen 15 und 30 Jahre für Marotzke arbeiten. Die Welt der Malerei lernt Leon bei spannenden Projekten mit neuester Technik auf Klein- und Großbaustellen kennen. Ab dem dritten Lehrjahr dürfen Lehrlinge sogar schon kleinere Baustellen leiten. Gute Leistungen in der Berufsschule oder bei den Kunden werden mit Prämien belohnt. Leon weiß, dass er sich mit einer Lehre bei Marotzke richtig entschieden hat. Er kann dort sein Talent entfalten, Neues kennenlernen und Fettkarriere machen. Willst auch du eine tolle Ausbildung bekommen und zeigen, was du drauf hast? Erfolg und Spaß in einem coolen Team haben? Dann bewirb dich jetzt bei uns!